Da wir ja gesehen haben, dass wir nicht fähig genug sind, die anderen zu machen, würde ich sagen, probieren wir es mal mit einem einstöckigen Haus. Das ist eine gute Idee. Ich habe das nicht so schwer in Erinnerung. Was ist ein Next Level-Tipp? Geister sind dafür bekannt, ihr Opfer zu stalken, wenn es dunkel ist. Wäre ich so nie draufgekommen. Ei, Gude. Gude. In der Gräberische Gas, wie immer. Machen Sie ein Foto, immer wieder Foto. Kerze ausblasen und Salz. Hör den Teller. Und Sie können nicht sagen, ob Einzelpersonen oder nicht. Oh ja, die Tutorial-Map, sehr gut. Wir haben es drauf. Naja, wir sind nischige Gästejäger. Mary Thompson, gib uns ein Zeichen. Zu direkt Hand. Hand tot. Wo bist du? Wo bist du? Oh, ich glaube, der ist da hinten, wo wir gerade reingekommen sind. Wo bist du? Drei Grad. Drei Grad. Ich könnte schwimmen, er hat ja eine Tür aufgemacht oder so. Nee, aber hier, merkt ihr den mal. Ja, genau. Uff. Uff. Was sagt ihr? Ja, hier sind es fünf. Hier sind es zwei. Boah, es könnte hier das Schlafzimmer sein. Wo bist du? Wo bist du? Ne? Ich habe Spock. Ich bin es null Grad. Ich glaube, der ist ein Flur. Hm. Alter, wir haben ja kein Stativ. Alter, wir haben nix mehr, weil wir keine Kohle haben. Du armer Schlucker. Der schmeißt hier ständig Kram runter. Ich habe so Schiss. Höh. Ah, Fußabdrücke. Der ist durch Salz gelaufen. Wir haben Minus Temperaturen. Da ist ein Orb, oder? Ja, ich sehe ein Orb. Oh, nice. Okay. Also, wir haben Fußabdrücke. Sind das Fingerabdrücke? Ja, gell? Nee. Äh, nee, zählt nicht, nee. Also, haben wir eigentlich nur... Oh. Wie kann ich nochmal das Gerät drehen? Ah, so. Linke Maustaste, glaube ich. Ja, ausweicht. Und mit F kannst du es dann legen. Okay. Aber ich würde nochmal nach Freezing gucken, weil ich meine, ich habe unseren Atem gesehen. Und ich bin der Meinung, wenn man den Atem sieht, ist das Minus. Ja, guck, wir sehen unseren Atem, aber... Ich habe 19 Grad. Oh, 0,3. Oh, Minus. Ja, Minus. Ja, Minus. Ups. Ja, ja, Minus. Mann. Ach, dieser D-Tot-Projektor ist auch ein Beweisstück mittlerweile. Er schreibt. Ich habe jetzt Geister, Orben, Geisterbuch. Oh ja, und Gefriertemperaturen. Ach so. Das ist ein Revenant. Revenant. Revenant zerballert uns während einem Hand, ne? Ein Revenant ist langsam, aber attackiert heftig und wahllos. Wird schneller, wenn er sein Opfer jagt, versteckt man sich vor dem Revenant, bewegt er sich sehr langsam. Ja. Geisterorb, Geisterbuch, Gefriertemperatur. Okay, das hilft mir absolut null. Salz haben wir. Jetzt nehme ich eine Kerze in die Hand. Und hoffe, dass der die auspustet. Oh ja, gut defekt. Auch defekt, ja. Naja, nur für den Fall der Fälle, gell? Wir müssen zu sein, dass wir zu sein. Chicks, die Hedi. Gib mir ein Zeichen. Hallo. Obwohl, muss der die in meine Hand ausblasen, oder kann ich die da hinstellen? Warte, ich stelle mal eine hin. Ne, da steht, du musst, ähm, ich glaube Zeuge sein, also, ja. Ja, ich nehm eine, die Hand zu Ende, da drücken. Maul. Sheriff. Sheriff. Warum bist du abgehauen? Einfach so. Hey, Leute. Hey, Leute. Das ist auch gut. Was können wir noch machen? Aber wir müssen ein Foto machen. Ein Foto hast du in der Hand? Ja. Gib uns ein Zeichen. So ein Arschloch. Wo bist du? Sherry Thompson. Gib uns ein Zeichen. Ich opfer mich gerade. Weißt du das eigentlich? Ich opfer mich. Geisterbox bringt ja nichts. Da hat er darauf nicht reagiert. Sherry, Sherry Thompson. Ich weiß nicht. Heißt die überhaupt so? Gehe ne Ahnung. Oh, die hat die Kerse da vorne ausgepustet. Oder? Ich weiß nicht. Zählt das? Oh, Schock, Alter. Ich dachte, die Hand ist. Ist so geil. Die Tür, die ist so langsam zugegangen. Ja, eben. Boah. Ich... 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 dich, Madu. Du miese Anus. Meine Kerze ist eben ausgegangen. Kein Plan, ob das Husten war oder... Alter Schwede. Ey, ich bin so zusammengezuckt. Du Hund. Leck mich vom Arsch. Wir brauchen immer noch das Foto, gell? Wo ist er? Nein, nein! Meine Katze holen uns weg! Reicht schon von mir, Dermon. Oh mein Gott. Wir brauchen immer noch das Foto, gell? Wo ist er? Nein, nein! Weiß ich schon von mir, Dermon. Nein! Oh mein Gott. Triprops, eröffnet den Chat. So ein billiger. So ein billiger. Weg, weg, alles weg. Weg, 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 weg. Die Kerze ist aus, du Bob. Also deswegen gehe ich stark davon aus, weil da unten steht. Einige Missionen werden nur abgeschlossen, wenn sie wegfahren. Und, hä? Gott, Alter! Würde ich sagen, wir waren ja schon beim Revenant. Da ist er, Geist. Ähm, Scheißfoto, ist mir egal. Ja, doch. Nervonant. Achso. Lappen. Genau gesehen. Lappen. Lappen. Ah, Scheiße, Mann. Wie schnell geht das, bitte? Gott sei Dank. Vier Minuten waren wir im Geisterraum. Ja, das muss safe der Gang gewesen sein. Ja, der kam ja auch von der Richtung. 480 Kohlen. Echt? Nee, hast du gerade gesagt. 180 habe ich bekommen. Ach, 180, ja, ich habe 30 bekommen oder so, weil ich tot bin. Ich habe 39 fucking Dollar. 39? Ja, insgesamt. Mehr habe ich nicht. Billiger. Billiger. Boah.